Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hames. Auf den Film und ihr habt immer so viele schöne Theorien dazu und seht auch noch so gut aus. Macht das doch. Wir sehen so gut aus. Oh, das ist so lieb. Ja, das stand da definitiv im Tweet. Da bin ich mir sehr sicher. Das ist so, also die Zeile kann ich mich am besten erinnern. Der Rest nicht so, aber die war definitiv drin. Und deswegen dachten wir, machen wir jetzt einfach, oder? Warum denn auch nicht? Es wäre sowieso in der nächsten Anytime, egal wie, hinterher 40 Minuten lang würde es nur darum gehen, weil Julian auch nicht an sich halten kann. Nee, und deswegen, auch hier gilt wieder, wir quatschen nur über den Trailer. Wir quatschen nicht über die Leaks, die es gibt. Tatsächlich gibt es jetzt noch mehr. Ich habe sie nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast. Nee, du bist ja meine Quelle für alles. Du schickst mir auch einfach random Bilder, manchmal auch ohne Kontext. Und einmal habe ich so, ja, das ist aber nicht im Trailer drin, wo dein XYZ zu sehen war. Und du so, nee, aber sieht doch schön aus. Ich so, wenn ich dir das ohne Kontext geschickt hätte, wäre dein Kopf gerade explodiert. Stimmt, weil das Bild, das ist Photoshop, von daher, denke ich, ist das vollkommen okay, wenn man das sagt. Aber in diesem Photoshop sieht man halt alle drei Spider-Männer nebeneinander kämpfen. Und es ist auch so gut, dass ich dachte, boah, das sieht ja wie echt aus, ich schicke das mal Dominik. Und gerade jetzt, wo ich diesen Satz noch mal sage, das sieht ja wie echt aus, da schicke ich Dominik. Ja, das war ziemlich dämlich, weil, ne, okay. Also ich bin da ja voll entspannt und das weißt du auch. Und deswegen ist es cool. Aber ich habe mir gedacht, wenn es umgekehrt gewesen wäre, hätte ich so, Waffelnik! Was soll das? Quelle! Nie wieder! Ja, ja, das stimmt. Sehr, sehr schön. Aber man muss dazu sagen, ich glaube, das ist ausnahmsweise mal wirklich relevant. 15 Millionen Aufrufe hat der Trailer jetzt nur über den Marvel Entertainment Kanal aktuell. Man darf ja nicht vergessen, der wird ja immer sofort kopiert und von tausend anderen Sachen dann auch wieder hochgeladen. Das ist schon einiges. 15 Millionen und kam gestern raus. Ich glaube, Sony ist bei 30 Millionen oder so, beziehungsweise ich kann mal schnell gucken. Ja, guck mal nach, weil das ist ja auch eine offizielle Quelle. Ich weiß ja nicht, wer es dann früher gepostet hat. Die Uhrzeiten stehen ja leider nicht dabei. Also bei, ich glaube bei Sony, okay, Sony ist jetzt bei 34 Millionen. Okay, also sind wir schon bei 49, nur mit dem Offiziellen schon bei 39. Das ist schon hart. Das ist eine Hausnummer und nicht ohne Grund, denn der Film, ich behaupte mal, der hat schon Endgame-Level an Hype bei vielen ausgelöst. Ja, du darfst auch nicht vergessen, auch bei Endgame war es ja so, ich habe gestern nochmal die Portal-Szene geguckt. Und als Spidey da wieder zurückkommt, haben einfach so viele Leute geklatscht, weil ich glaube, die jüngere Generation halt so stark auf Spidey abfährt, weil das ja der einzige Held ist, der wirklich auch in ihrem Alter ist irgendwo. Und natürlich ist Spider-Man eh generell beliebt. Dass einfach Tom Holland als Spider-Man ist einfach für ganz viele eine wichtige, wichtige Sache. Ja, mit Sicherheit. Und besonders, die haben ja auch wirklich jemanden gecastet, absichtlich, mit Sicherheit. Ich glaube, ich habe jetzt zwei mit einem Satz mit Sicherheit gesagt. Damit sich die jüngeren Zuschauerinnen auch mit ihm identifizieren, also Zuschauer und Zuschauerinnen mit ihm identifizieren können. Ja, ganz so eine Frage, klar. Das Casting ist ja eh super. Mary Jane auch. Ja, klar, Zendaya, MJ und ich behaupte auch Tom Holland bisher vom Casting her, nicht was schauspielertechnisch angeht, also vom Casting her eigentlich so der Peter Parker schlechthin. Wie er sich benimmt, wie er drauf ist und sowas. Ja, vor allen Dingen auch jemand, der seinem Alter entsprechend aus... Also nicht seinem Alter, sondern der Figur entsprechend. Weil ich fand Garfield auch sehr, sehr gut und er hat auch sehr viel gequasselt, was ja für Spider-Man echt wichtig war immer. Aber der sah halt immer auch schon aus so, ja, okay, ich bin jetzt Anfang 30 fast und trotzdem noch sehr jugendhaft natürlich. Aber lass uns lieber auf den Trailer eingehen, bevor wir nochmal drumherum quasseln. Ich bin jetzt schon 24 Sekunden drin, obwohl ich bei Viertelgeschwindigkeit ihn jetzt abspiele. Nee, du hast vollkommen recht, lass uns das machen. Ich wollte nur, ganz kurz, ich wollte, ich habe tatsächlich eigentlich angefangen, das Marvel-Storybuch zu lesen. Hast du auch eigentlich bekommen? Es ist endlich angekommen. Schön. Ich habe auch die Gutschrift bekommen, damit mich das Ding nicht auch über 100 Euro kostet. Es steht jetzt hinter mir im Regal. Konnte noch keine Zeit dafür investieren. Aber was hast du denn da entdeckt? Da geht es auch schon am Anfang relativ schnell über Spider-Man, wie dieser Film zustande kam. Und was ich wirklich sagen muss, was ich bisher nicht dachte, das wollte ich mir ganz kurz erwähnt haben. Und der nächste Anytime, bis dahin werde ich noch viel, viel mehr gelesen haben, du hoffentlich auch. Da können wir sowieso im Detail über dieses Buch reden. Aber was für eine krasse Bewegungskraft, nee, ich glaube, das ist das falsche Wort, aber wie viel Kevin Feige bewegt hat schon damals, was ich nicht wusste. Ich wusste, dass dieser, der hat so eine tolle Geschichte, dieser Mann. Und ich wusste gar nicht, ganz ehrlich, weil wenn ich die auf Bildern gesehen habe, war ich immer so ein bisschen so, ja, ist halt ein Geschäftsmann, kluger Geschäftsmann. Aber nein, der Dude ist einfach durch und, also das auch, aber dazu kommt, der Dude ist durch und durch ein richtig krasser Vollblut-Nerd. Der ist riesiger Comic-Fan. Der hat damals als Assistenz angefangen bei Donner Productions. Ist danach zu Marvel rübergekommen, weil er einfach im X-Men-Drehbuch rumgekritzelt hat. So, und während er Kaffee halt geholt hat und so und so und so. Und da lag, der ist halt aus seinem Schreibtisch und er hat da rumgekritzelt und dann die von Donner Productions waren dann so, Moment, kennst du dich damit aus? Er so, ja, ich mag Comics. Und dann durfte er halt Feedback geben und war so, ja, nee, der Film müsste sich viel mehr auf Wolverine konzentrieren und dieses und jedes. Ja, wir haben hier 30 Leute, die Wolverine haben wollen. Wer denkst du denn, passt gut, auch hier, der Dude, wer ist denn das? Ja, das ist Hugh Jackman, den kennt keine Sau, den sollten wir lieber nicht casten. Hier, lieber Tommy Lee Jones. Ich bin so, Bruder, was ist hier los? Was? Und das ist dann so krass, dass Kevin Feige einfach rein... Sorry, Tommy Lee Jones war ein dummes Beispiel. Ich weiß nicht, es war Schauspielerwahl genannt, ich weiß nicht mehr, welches. Das war nicht Tommy Lee Jones. Das war ein lustiges Beispiel. Nichts gegen Tommy Lee Jones, das wäre einfach nur unpassend. Natürlich, das wäre gar nicht unpassend. Nein, sorry, das war, ne? Und dann aber dann einfach so, ja doch, nee, diesen Hugh Jackman-Typen, den auf jeden Fall. Der ist total cool. Und seitdem sind das richtig gute Freunde. Also, was ja auch Sinn macht, weil Jackman so ein bisschen dann Teil seiner Karriere ihm zu verdanken hat, weil Kevin Feige gesagt hat, als Assistenz der Kaffee geholt hat, nee, lass mal den Jackman casten. Mehr erzähle ich mal nicht, weil du willst auch noch lesen, da draußen auch, und dann lest du Anytime, weil das hat mir so schon die ersten 20 Seiten, weil ich so, wow, was ein krasser Dude, was ein geiler Kerl einfach. Also, ja. Was ich halt nur bisher wusste, war, dass er bei den ganzen alten Marvel-Verfilmungen eben auch immer dabei war in der Produktion und deswegen halt sehr, sehr viel gelernt hat. Und natürlich die Nerd-Perspektive versucht hat, da hochzuhalten und das irgendwie gut zu machen. Und hat vor allen Dingen dann, glaube ich, gelernt, was sie nicht machen sollten über die Jahre. Da war ja nicht alles schlecht, muss man dazu sagen. Nein, gar nicht. Ich liebe sehr viele Filme aus der Zeit, aber man merkt halt schon, dass seit 1x1 und was man dann so, wie man gehen gelernt hat sozusagen, also wie man das Universum aufgezogen hat und wie sie verschiedene Dinge vermieden haben, die vorher falsch gelaufen sind. Ja, und was ich eben nicht wusste, ist, was er für eine tragende Kraft war. Das wollte ich alles noch sagen. Aber ja, lassen Sie jetzt endlich, sorry, ich wollte gar nicht so weit ausschweifen. Aber war auch für den ersten Spider-Man-Film wichtig, deswegen kam ich drauf. Aber ja, Spider-Man No Way Home, der Trailer. Da habe ich anscheinend nicht gesehen und ich sehen möchte, wie zum Beispiel unsere Kollegin Joana, der hört jetzt weg. Ich meine, der hört die Folge hier eh nicht, merke ich gerade. Von daher, das ist ja eh nur so ein kleines Special. Fangen wir an. Wo bist du, sagst 24 Sekunden? Jetzt bin ich schon bei 38 und ich muss sagen, es lohnt sich halt auch, nicht nur wegen der Geschwindigkeit und den einzelnen Bildern das runterzumachen, sondern auch, weil man dann ja, wenn wir jetzt gerade reden, habe ich natürlich den Ton weg des Trailers und lasse mir Untertitel laufen, nur für den Fall, dass ich es gucken will. Aber ich habe gerade den Zauber nochmal gesehen, der ja relativ am Anfang ist, den Strange durchführt auf den Wunsch von Peter hin. und da haben wir immer noch die laufende Theorie, dass es hier mindestens zwei Stranges zu sehen geben wird irgendwann. Da werden wir hinterher nochmal drauf eingehen. Aber was ich interessant finde, ist, als der Zauber, obwohl natürlich so ein bisschen schiefgelaufen, fertig ist, guckt Peter wirklich sehr, sehr befremdlich in Richtung Doctor Strange. Also das ist wirklich zwei, drei Frames, wo man das Gefühl hat, okay, hier ist wirklich was richtig, richtig schiefgelaufen. Das ist mir vorher gar nicht so aufgefallen. Ja, total. Was ich viel spannender finde, wie Doctor Strange ihn behandelt und zu ihm sagt, ey, du hast den Zauber kaputt gemacht. Und man ist so, Moment, wieso hat er denn den Zauber kaputt gemacht, Bruder? Du hast das doch gezaubert. Und seit wann ist denn Doctor Strange genau so drauf? So, das ist doch gar nicht, er war doch nicht umsonst fünf Jahre in Kammertage, um da irgendwie den Buddha zu machen, um jetzt irgendwie so, das ist alles deine Schuld, junger Mann. Ja, das ist eben die Frage, die sich uns immer noch so ein bisschen stellt, mit welchem Doctor Strange haben wir es zu tun, warum hat er das Auge von Amamoto immer noch umhängen, also zumindest die äußere Hülle davon. Das verstehen wir beide nicht so ganz und das Verhalten ergibt auch, so wie es in den Trailern geschnitten ist, muss man dazu sagen, denn der liebe Ben von Unlocked hat uns gegenüber schon gesagt, oh, der Trailer, der verrät so viel und wir sind eigentlich beide der Ansicht, naja, eigentlich ist es nur ausgestaffiert von dem, was wir schon wussten, also ein paar Action-Szenen mehr und was Julian und ich natürlich beide wissen, ist, wie Marvel die Dialoge zum Teil über Bilder schneidet, wo sie nicht hingehören, Monologe zusammen friemelt, wo gar kein Monolog ist, einen halben Satz hier, einen halben Satz da, die süße Köse und daraus einfach was macht, was für den Trailer funktioniert und deswegen kann es halt sein, dass das, was Doctor Strange sagt, alles Sinn ergibt oder eben wirklich ein anderer Strange da ist, mit dem er gerade redet oder wir in einer anderen Dimension sind, ich habe überhaupt noch keine Ahnung, aber zumindest ist bestätigt, dass auch hier schon, also die Bösewichte, die wir gesehen haben oder sehen werden auch noch in den Trailer, dass sie aus anderen Universen kommen, dass es nicht so ist wie, ja, der Doc Ock, der gehört jetzt halt hierher, wir müssen es gar nicht groß erklären, sondern nein, das ist die Vorstufe zu Multiverse of Madness, es sind andere Universen und daher kommen zumindest die Bösewichte, denn die haben wir jetzt bestätigt. Ja, das und im Gegenteil, ich muss ja sagen, meine absolute, mein absoluter Gänsehautoment, da bin ich jetzt auch, ich gucke auch gerade mit Viertelgeschwindigkeit, ich hoffe, das war richtig, und da bin ich jetzt eben bei ein und 55, so, jetzt. 55 schon? Okay. Ich kann auch da gerne nochmal zurück machen, können eh hin und her switchen, und da erstmal super cooles Detail, wie bei Iron Man in Endgame sehen wir ja, nee, in Infinity War sehen wir ja, wie die Nanobots von Peter automatisch ihn beschützen und eben seine Maske wegnehmen, um ihm dann seine Mitte eben zu decken, weil er gerade der Arm von Dr. Octopus kommt, der übrigens hier schon rot ist, erst später im Trailer sehen wir, dass eben diese Nanobots sich auf Doc Ocks Arm gehen, denn der gute Otto Octavius scheint sich dieser Nanobot zu bemächtigen. Keine Ahnung, wie er das macht, aber eventuell können seine Arme ja mit dem Sud reden oder sowas. Also die Arme sind ja in den Comics auch, haben eine künstliche Intelligenz, man hat das ja in den alten Spider-Man-Filmen immer so angedeutet, ein bisschen gesehen, wo man gedacht hat, ja gut, der ist wahnsinnig, der redet mit denen, aber man muss dazu sagen, auch in den Comics ist er wahnsinnig, aber die Dinger sind intelligent. Du hast natürlich recht, also dieser Zusammenschnitt in den ersten Szenen, und das sind ja wirklich Sekunden, um die es hier geht, sind die Arme alle noch nicht rot, und dann gibt es einen Kampf, wo die Arme rot sind. Und das ist für mich auch, weil ich habe zuerst gedacht, naja, der wird irgendwie Kontakt dazu aufgebaut haben, hat vielleicht Stark-Tag geklaut und dann benutzt er das, um es zu reparieren, aber er kämpft ja hier schon wieder gegen Peter und weiß noch gar nicht, dass Peter nicht sein Peter ist. Er sagt es ja jetzt gerade. Genau, und das sagt er, und ich muss sagen, als ich erst mal den Trailer gesehen habe, ich habe pausiert, also Entschuldigung, ich habe es nicht direkt beim ersten Mal gesehen, aber ich habe dort beim zweiten Mal und muss diese Szene pausieren. Ich finde die so stark, schon im Trailer hat die so Gänsehautpotenzial, dieses You're not Peter Parker. Ich weiß gar nicht warum, aber ich finde die Szene grand, also Alfred Molina auch einfach ein toller Schauspieler. Ja, auf jeden Fall, ich raffe nur nicht, also, was heißt ich raffe nicht, ich sehe einfach, wie der Kampf auf der Brücke, den wir vorher schon kannten, der hier vorkommt, quer geschnitten wird mit den roten Armen, und das sind ja eindeutig andersfarbige, auf der Brücke sind die Arme nicht rot, und deswegen muss auch dieser Suit von Spider-Man, der Anzug von Spider-Man, deswegen muss er auch hin und her gehen, Doc rafft, dass das Nanobots sind, er wird irgendwas ganz Smartes sagen und diese Nanobots dann nach und nach klauen. Das ist halt die Frage, ob er das wirklich im Kampf schon irgendwie hinkriegt, also das fände ich schon heftig, kann natürlich sein, meine erste Theorie war ja zuerst, dass er irgendwie mit Spider-Man sogar zusammenarbeitet, auf einem bestimmten Punkt, was ich immer noch nicht ausliegen möchte. Moment, das wollte ich nämlich gerade tatsächlich als nächstes sagen, ich glaube, ach wie lustig, ich sehe gerade, sorry, ich gucke gerade weiter, das Auto, was Doc Ockler nächstes Jahr direkt auf ihn wirft, guck mal auf das Nummernschild, sehe ich gerade, wie lustig. Moment, da muss ich mir ein Stückchen zurück. Also bei 59 beziehungsweise einer Minute ungefähr, Amazing Spider-Man 81. 8, 1, 9, 9 oder 8, 3, 8, 3, 8, 1, 8, 3, aber Amazing Spider-Man, ja, ASM auf jeden Fall. Gott sei Dank nicht ASMR. Dann können wir kurz Bilder angucken, erstmal bei 81, ob hier irgendwas Bestimmtes ist. Ja, das ist da gegen Captain Kangaroo, ich glaube nicht, das ist... Captain Kangaroo bestät. Captain Kangaroo. Ihr habt es zuerst gehört. Was passiert, wenn ich 8, 1, 8, 3 eingebe? Dann... Okay, ganz viele Theorien zum Trailer, weil wir natürlich nicht die Ersten sind, die das gesehen haben. Nein, auf keinen Fall. Natürlich nicht. Nee, so jetzt habe ich ja... Genau, nein, lustig, weil genau das wollte ich ansprechen, weil ich auch glaube, dass wir hier mit Otto Octavius zu tun haben, nachdem Tobey Maguire Spider-Man ihn in Anführungszeichen zurückgeholt hat auf die gute Seite der Macht, dass er aber natürlich da auftaucht und Spider-Man erstmal direkt gegen ihn kämpft, weil... Woher soll er wissen, dass das Doc Ock keine bösen Absichten hat? Ja, aber... Normalerweise würde Peter nicht irgendeinem Typen mit Armen, der nicht... der friedlich rumsteht, ihn einfach angreifen. Also das passt nicht zu ihm. Es muss schon so sein, dass er irgendwie, also dass Octavius hier die Aggressorenrolle übernommen hat. Warum auch immer, weil ja, du hast natürlich recht, im Ende von was Spider-Man 2 war, also Raimi Spider-Man 2, war er ja... Naja, nicht normal. Also der hatte immer noch einen Schaden weg. Aber er hat das Richtige getan, sagen wir es mal so. Und der Vorteil bei einer Figur, die ein bisschen verrückt ist, ist natürlich, man kann ihn auch mal wieder in Aussetzer haben lassen. Also das würde man ihm locker verzeihen. Aber die Theorie habe ich und du dann wahrscheinlich mit Sicherheit auch wegen derselben Szene, wenn er nachher zu ihm sagt, you are fighting ghosts, also du kämpfst gegen Geister. Weil wieso sollte er ihm helfen? Wieso erklärt er ihm das alles? Und viel wichtiger, wo ist er denn auch in dem großen Kampf dann, wo dann Goblin, Sandman, Lizard und Elektro auf Spidey eindreschen? Ich meine gerade, da kommen wir nachher noch zu der Szene, aber trotzdem kurz über die Theorie weiter zu reden. Da ist er auch nicht dabei. Jetzt höre ich die Frage. Moment, Moment, Moment. Wir sehen da von dem Kampf ja wirklich nur ein paar Millisekunden. Das darfst du nicht vergessen. Er kann gerade ausgenockt sein. Er kann irgendeine andere wichtige Aufgabe übernehmen. Er ist vielleicht doch in seinem Universum schon zurück. Da gibt es tausend Möglichkeiten. Wir haben halt keine Ahnung, wo er ist. Das stimmt natürlich. Aber trotzdem, so dieses ganze Für und Wider und wie sie das da auch im Trailer haben, obendrein ja auch. Oh, hast du eigentlich gesehen, dass eine unserer Theorien, die wir vor ein paar Monaten geteilt hatten, tatsächlich wahr geworden ist mit dem ja, dem kleinen Tadesding, was Spidey da rumträgt, was Dr. Strange hat. Das ist tatsächlich ein Gefängnis, wo die Bösewichte dann drin sind, eingesperrt werden. Wo zumindest irgendjemand drin ist. Aber der Trailer suggeriert uns zumindest, dass Spidey sagt, naja, wir können die nicht alle umbringen oder sonst was machen, weil die haben ja auch ein Recht zu leben. Und Strange oder dieser Strange zumindest sagt, nee, das geht nicht. auch das wieder, finde ich bestätigt, sehr krass, das ist nicht unser Dr. Strange. Der behaupte, dass der so nicht reagieren würde. Ich verstehe es halt immer noch nicht. Ich glaube manchmal, dass es vielleicht so simpel ist, dass Peter zu unserem Dr. Strange geht und der sagt, ey, lass uns irgendwie einen Zauber machen, dass die Welt vergisst, wie du wirklich heißt. und Peter wirklich da einfach reinquatscht und dadurch landet Peter einfach in dem falschen Universum mit dem falschen Dr. Strange und da passiert das dann Mist. Das kann ich mir auch super gut vorstellen. Das ist eine schöne Theorie. Ja, ja. Aber es ist halt... Entschuldigung, ich merke, aber das wäre auch meine abschließende Frage gewesen. Man stelle sich sie jetzt. Was heißt No Way Home? Für wen? Wahrscheinlich für alle. Für wen? Für was? Und dieser Trailer, bisher haben wir ja nichts, was irgendwie darauf schließen lässt, dass, ne, aber gut, dass du es sagst, weil das wäre wirklich meine abschließende das Wortgewehr gewesen. Was ist eigentlich, wenn Spidey die ganze Zeit gar nicht in seinem eigenen Universum ist und das erst ganz, ganz am Ende rafft? Das wäre fies. Aber das kann ich mir gut vorstellen, einfach weil das richtig krass zum Titel gut passen würde und dann eben auch sagen würde, fuck, das ist gar nicht mein Strange. Mein Strange! Ja, die Sache ist halt die, es gibt ja eine unzählige mögliche Anzahl an Universen mit Strange, die ungefähr so ticken wie unsere und die haben ja vermutlich fast alle die Aufgabe, die eigene Realität zu beschützen. Ja, ja klar. Kann es also sein, das ist ja tatsächlich deren Auf... die Aufgabe des Sorcerer Supreme ist es, das eigene Universum, die eigene Realität zu beschützen. Genau. Ja. Aber gehen wir halbwegs chronologisch weiter, sonst wollen wir hier nie weiter. 1.14 habe ich pausiert kurz, weil das war, da hast du mich nämlich darauf aufmerksam gemacht, bin ich ehrlich. Aber Moment, 1.11 gerade noch, natürlich die Freiheitsstatue mit dem Schild von Captain America umdesignt, wahrscheinlich um ihn einfach zu ehren. Ich weiß nicht genau, was da noch steht. Steht noch was geschrieben an so einem Banner? Ich muss nochmal mit der Nase einfach nähern. Stimmt. Ich bin ganz ehrlich, bei der Szene hatte ich bisher noch nie pausiert, weil ich die eigentlich nicht für allzu wichtig erachtet habe. Aber The First Avenger steht drauf. Ja, da habe ich jetzt auch gesehen. Also einfach, der deutsche Titel ist übrigens The First Avenger. Der erste Avenger von den Avenger Boys. Ach du Scheiße. Da steht dran. Ich finde das, muss ich sagen, einerseits cool, anders finde ich das so lustig, als würden die Amis wirklich jemals ein Wahrzeichen von sich abändern. Ja, also ich würde das jetzt nicht auf die Amis so beziehen, weil ich traue denen das schon zu tatsächlich. In einem Fall wurden sie ja auch einfach dazu gezwungen, irgendwas zu machen auf eine sehr tragische Art. Aber ich weiß nicht, wie unrealistisch das jetzt ist. Ich meine, nach Endgame, nach dem, was mit Thanos passiert ist, das kann man sich, glaube ich, nicht gut vorstellen, wie da real irgendwie nach so reagieren würde. Das reicht, das reicht. Aber jetzt 1.13, 1.14, das ist wirklich für mich so das mysteriöseste Bild überhaupt, weil wir hier diesen goldschwarzen Spider-Man-Anzug haben und nicht nur das, er hat sich mit Gaffer-Tape im Smartphone auf die Brust geklebt. Ja, da hatte ich dann, nachdem du mich drauf aufmerksam gemacht hast, das habe ich ihn auch mal pausiert, Bild gespeichert, hart rangesucht. Du siehst halt eben da Ned, Zendaya, Ned, MJ und noch eine Person. Ich glaube nicht, dass es strange ist, ich weiß aber nicht, wer oder was die dritte Person ist. Doc Ock glaube ich eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Sieht auch nicht danach aus. Aber ja, sie scheinen zuzuschauen, wie Spidey da auf jeden Fall gegen, es sieht aus, nach Elektro kämpft, aber auch hier spannenderweise, dadurch, dass es so komplett blau ist, anscheinend der alte Elektro. Inwiefern der alte? Also den Elektro, Entschuldigung, den Elektro, den wir aus Amazing Spider-Man 2 kennen und später im Trailer haben wir aber eigentlich den Elektro, Jamie Fox, wie er halbwegs normal aussieht, im Sinne von, er sieht menschlich aus und hat er dann eher so durch die, durch die, ähm, hier, wie nennt man denn, sein Strahlen oder, oder, oder diese Elektro-Blitze, die sehen dann eben aus wie das Comic-Kostüm eher. Ähm, wo jetzt meine Frage ist, kriegt der ein Upgrade? Wenn ja, von wem? Und ist es der Geier? So, ne, weil der hatte ja tatsächlich, es gab ja diese Schocker und so ein Zeug in, in Homecoming, der hatte ja tatsächlich die, ähm, Tools, die eigentlich Elektro in Comics benutzt hat, lustigerweise. Also ich, ähm, glaube, wenn der Geier auftaucht, dann ist es, dann ist er eher in diesem, ähm, Bild zu sehen oder zumindest seine, seine Flügel irgendwie zu sehen, wo der, der zweite grüne Goblin ist, da kommen wir später zu. Ich glaube einfach, dass Elektro sich hier einfach verwandeln kann und wechseln kann zwischen den verschiedenen Optiken und wenn es ein Upgrade gibt, werden sie nicht groß erklären müssen, wo es herkommt, weil dafür ist auch bei einem fast Drei-Stunden-Film, glaube ich, hier die Zeit nicht ganz und so wichtig ist es nicht. Ich akzeptiere, wenn da jetzt irgendeine Figur aus anderen Filmen um die Ecke kommt und keine Ahnung, wenn Doc Ock jetzt irgendwie einen neunten Arm hätte, wäre ich so, ergibt keinen Sinn, warum hat er neun Arme, aber es ist mir im Endeffekt auch egal. Ja gut, okay, ich finde es trotzdem sehr spannend, weil das heißt ja auch auf jeden Fall, dass irgendeine, das ist ja eh das, wo ich auch mal Ben ganz hart widersprechen möchte, das hast du ja auch schon gemacht, der Trailer verrät uns nicht viel. Wir haben doch gar keinen Plan. Warum hat er den Anzug an? Warum sieht Elektros aus? Warum dieses? Warum nie? Alleine, was ich eben auch dann sehr spannend finde, warum hat er diese Kreise, die, ähm, ja, Strange halt sonst castet? Ja, also es ist, die Person, wer auch immer im Anzug steckt und ich glaube, es ist Peter einfach, weil niemand sonst sich einfach mit Gaffer-Tapen-Handy auf die Brust tapen würde, ähm, Charakteranalyse letztlich. Warum kann diese Person zaubern? Weil ich habe zuerst gedacht, Moment mal, das ist ja der, der, der Zeitzauber aus dem ersten Strange-Film, dann habe ich wieder realisiert, nee, das sieht ja immer so aus, wenn der irgendwas zaubert. Ähm, und ich weiß es auch nicht, also entweder hat er hier einfach ein magisches Item, das ist die einfachste Erklärung tatsächlich, weil es gibt ja einfach so diese Schuhe, die man im ersten Strange gesehen hat, auch das Cape, die funktionieren ja auch ohne, dass die Person da wirklich was können muss. Also der könnte so einen Armreif oder sowas unter dem Kostüm tragen, weil auf dem Kostüm, da sieht man auch so ein bisschen eine Rüstung, ähm, die, die ihm hier irgendwelche Optionen gibt. Aber da ist dann auch wieder die Frage, ja, wo sind wir jetzt im Film? Weil, arbeitet er gerade mit einem Dr. Strange zusammen und der hat ihm das gegeben oder hat er sich das geklaut oder arbeitet er mit Wong zusammen, der irgendwie was gegen irgendeinen Strange hat? Also es ist einfach durch diese Multiversums-Scheiße unfassbar komplex, sich hier auszudenken, wo sind wir gerade im Film? Wie sind die Machtstrukturen? Wer ist auf wessen Seite? Interessant. Ey, total. Besonders, weißt du, was ich auch glaube, wir sehen hier maximal, wie auch immer schon, die erste Stunde des Films. Also die wären schön blöd, hier irgendwie schon ganz krasse, pivotal Momente und Szenen zu zeigen, die, ähm, ne, einfach zu viel verraten würden. Also, ne, denke ich wirklich. Also vielleicht Einzelbilder oder Dinge, die einfach nicht so dramatisch sind. Jetzt kommt zum Beispiel das Gespräch von Strange mit den, mit den, mit unserem Trio, also mit Peter und MJ und ich vergesse seinen Namen immer. Und das könnte innerhalb der ersten Stunde sein, das könnte innerhalb der zweiten oder der dritten Stunde sein. Also es könnte sogar kurz vorm absoluten Ende des Films sein, wo man dann sagt, ja, hier ist noch ein bisschen Kleinscheiß, den du aufräumen musst. Könnte auch dahin kommen. Also es ist wirklich völlig unklar zu sagen, wo es hinkommt. Ich glaube auf jeden Fall, dass es noch nicht an einem Punkt ist, wo wirklich alle am Start sind, weil Strange wäre nicht so ruhig. Ich glaube auch, das ist noch eine Szene, wo man noch gar nicht weiß, dass so krass gerade passiert ist, sondern... Ne, deswegen sage ich, es könnte halt auch sein, dass der Show da schon vorbei ist und es ist aber noch irgendwelche Kleinigkeiten, die noch zum Aufräumen da sind. Ja, es sind irgendwie einzelne Figuren, die noch irgendwas haben, was sie nicht haben sollen oder sonst was. Aber es ist nicht riesig groß, es ist kein Riesenproblem mehr. Aber es muss halt gemacht werden. Oder es ist eben noch kein Riesenproblem, aber ja. Genau, das ist halt die Option. Also am wahrscheinlichsten ist es vermutlich so innerhalb der ersten 60 Minuten, aber es kann eben auch ganz am Schluss sein und das ist eben diese... Ich meine, wir werden es erst sagen können, wie gut der Trailer ist, wenn wir den Film gesehen haben, aber das ist das, was ich an Marvel so mag. Man guckt den Trailer und ist so... Keine Ahnung, was hier gerade passiert. Ey, total. Und es ist... Ja, ja. Ähm, gut, die Szene danach würde ich behaupten, die geht einher mit der Szene davor, wo wir Elektro im Hintergrund gesehen haben. Jetzt steht ja bei mir dieses Weihnachten. Ja, genau. Da bin ich jetzt auch. Und hier, weiß ich nicht, fand ich, hatte ich mich sehr gefreut, ihn nochmal zu sehen. Einfach J. Jonah Jameson. Und ich frage mich echt, ob ich schon damals, nachdem wir über Far From Home gesprochen haben, recht in meiner Theorie habe, ob es derselbe ist oder ob es wirklich, ob es ihn halt mehrfach gibt. Was meinst du? Ist es der J. Jonah aus dem Maguire-Film oder ist es wirklich einer im Spidey-Universum? Also, Entschuldigung, im Tom-Holland-Universum? Ähm, ich glaube, es wird ihn mehrfach geben und es stand allerdings auch, das muss man dazu sagen, weil wir alle, ja, er ist jetzt Podcaster, macht jetzt Video, auf dem Auto hinten dran steht Daily Bugle. Also es ist zumindest so, dass das Medium, das Übermedium immer noch so heißt. Ähm, dann möchte ich noch auf ein, zwei Details kurz schnell eingehen. Nämlich, das eine ist einfach nur der Eindruck, den ich hatte, ähm, als man hier J. 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 sieht, wegen des Hutes, war ich so, ach, guck mal, Commissioner Gordon. Hahaha. Weil, es ist nun mal der gleiche Schauspieler. Was ein krasses Crossover das wäre. Ja, das, das wäre wirklich heftig. Wir haben ja auf jeden Fall sehr viel Elektro im Hintergrund, vielleicht auch Sandman, weil da wieder so eine Sandwolke ist, vermutlich sogar Sandman. Ja, mit Sicherheit. Also hier geht es gerade tierisch ab. Die kennen wir auch schon aus dem Teaser, die Szene. Trotzdem finde ich es sehr cool, dass wir ihn nochmal gesehen haben. Ja, wir haben halt sehr viele Bilder von Spider-Man, wie er an Elektromasten entlang sich schwingt. Ja, das ist die Frage, warum? Meinst du, er versucht ja mit Elektro, doch stimmt, hat doch Garfield auch gemacht. Ja. In Amazing Spider-Man 2 schon gut, ja, ja. Und ich glaube halt immer noch, dass eventuell er mit den Bösewichten irgendwann zusammenarbeiten muss. Ähm, wir haben noch ein Bild hier von Ned auf seinem Laptop, der This is Fine Meme Dog. Das finde ich sehr, sehr schön im Zusammenhang mit diesem Film. Ja, stimmt. Und dann haben wir in die Rückkehr der einen Spider, da hat er seine Arme wieder und kämpft dann gegen Doc Ock, das ist natürlich eine schöne Kombination. Ich glaube tatsächlich, dass das ist, das ist der Anfang des Fights. Gut möglich, wir sind wieder auf einer Brücke und es kann auch sein, dass er sich die Arme irgendwie einverleibt. Da haben wir hier schon den Farbwechsel, ist dann die Frage. Also hier sind die deswegen, dass du das, was ich meinte. Aber hier ist eine Szene, ich finde die so unfassbar wichtig, diese Szene. Wenn wir im Voice Over hören von Doc Ock, You Are Chasing Ghosts, ich merke, ich sollte vielleicht auch nochmal die Untertitel anmachen, wie ich es genau sagen kann. Und zwar sagt er, hier, You're flying out into the darkness to fight ghosts. Mal davon ab wieder, wie gut das geschrieben ist. Es tut mir leid, ich weiß, ich bin so ein Sucker für so Comic-Pathos, aber holy shit, was ein schöner Satz. You're flying out into the darkness to fight ghosts. Wieso sagt Doc Ock das zu ihm und viel wichtiger noch, wieso weiß er das? Die Frage ist aber auch, wen er jetzt wirklich meint. Das kommt nochmal hinzu. Das ist das Schöne, das ist ein Schell mit dem. Redet er wirklich mit den drei? Doc Ock ist ja auch noch so eine intellektuelle Figur, dass er da auch einen Verweis machen kann und das einfach als komplette Metapher meinen kann. Und deswegen, ich habe keine Ahnung. Also wir werden es wirklich erst sehen. Dann, Dr. Strange, der sagt, Sie sterben alle, wenn sie Spider-Man bekämpfen. Und das ist ihr Schicksal. Und damit sind natürlich die Bösewichte gemeint. Und das ist wiederum so eine Perspektive, die man halt nur einnehmen kann, wenn man der Sorcerer Supreme ist oder der, der überdauert, worauf wir ja auch wieder kommen werden, die einfach die kompletten Timelines von einzelnen Figuren vor Augen haben. Und das ist natürlich eine Perspektive. kennt er die ja auch alle schon dann. Ja, eben. Und das ist ja diese Perspektive, die fast gottähnlich ist und die jemand wie Peter halt null akzeptieren kann. Und das sieht man natürlich. Entschuldigung, ich muss nur ganz kurz, Alter, ich bin mich gerade so, boah, dieser Film, ich muss den sehen. Das dauert ja nicht mehr so lange. Ey, drei Wochen, ne? Holy shit. Genau. Ich will nochmal, they all die fighting Spider-Man, it's their fate. auch einfach ein so krasser Satz. Und dann aber die Frage, würde, wenn es unser Dr. Strange ist, wäre er wirklich so fatalistisch? Oder meinst du, es ist eben dieses so, oh, wir dürfen nicht eben auf diesen Fluss der Zeit, wir dürfen das nicht abwandeln, sonst kommt eben die TVA. Das ist alles denkbar. Ich weiß es aber auch nicht. Und danach sagt er ja, es tut mir leid. Und Peter sagt, es tut mir auch leid. Und dann klaut er dieses kleine Gefängnis, wo immer noch nicht, der Trailer sagt mir noch nicht wirklich, dass dieser Kasten, dieser Kubus wirklich eingefängnischt ist. Aber, was direkt danach folgt, haben wir ja wieder einen Dr. Strange, der jetzt gegen Spider-Man kämpft, vermutlich diesen Kasten zurückhaben will. Und dann bei 1,49 hängt Peter, oder ein Peter zumindest, zwischen zwei Portalen, ein Netz von links, also sein eigenes Netz nach rechts, das Ding in der... Hat er selbst eingeflippt? Ja, vermutlich, den Kubus in der Hand und Strange schleudert irgendwie mit seiner Kraft da rum und will ihn zurückholen. Und ich frage mich halt, ja, die Portale hat doch dann Strange nicht aufgemacht, oder? Oder hat... Nee, doch, doch, doch. Peter wollte sich wegschwingen. Strange macht zwei Portale auf, sodass Peter sich selber am Fuß fasst und festhält. Okay. Weil ich habe kurz gedacht, dass Peter hier irgendwie eine andere Hilfe hat oder selber Portale aufmachen kann. Spannenderweise, ja. Genau da siehst du, wie das passiert. Also, dass Spidey flut abzummen in dem Gefängnis, Strange noch beide Portale auf, der thript sich und dann danach, was aber super komisch ist mit dem TV-Spot, weil ich finde den Eindruck, macht der Trailer nicht. In diesem TV-Spot reden ja wieder ganz normal wie Freunde miteinander und Strange hat die Box wieder. Also, ähm... Das ist ein weirder Schnitt auf jeden Fall. Das ist eben auch wieder das so, kann auch, muss auch nicht mal zusammenhängen alles. Also, ich bin sehr, bin sehr gespannt. Auch hier wieder, ne, jetzt seht ihr nochmal die Zugszene schon aus dem Teaser und wenn halt Spidey sagt, ey, es muss doch einen anderen Weg geben und einfach nur Strange sagt, nur, gibt's nicht. Also, ich finde das so spannend, dieses ganz fatalistische, was, was er vorher ja nicht hatte. Hier sehen wir übrigens, merke ich gerade, dann hast du mit Sicherheit recht, wenn wir zurück machen, ähm, sehen wir, wie, äh, Doc Ock Spidey hochhält an einem Arm, an einem seiner, seiner... Moment, wo, wo bist du denn jetzt? 1,56. Ja, aber wir gehen noch zwei Sekunden zurück. Ich meine, das hatten wir schon mal, aber, ähm, ich möchte nochmal kurz festhalten, was haben wir nicht explizit erwähnt? Die fahren hier auf einem Zug, gefühlt durch den Grand Canyon. Soweit ich weiß, gibt's da keine Zuglinie. Ähm, auch nicht im MCU. Und Peter hat einfach seinen alten Anzug an. Was, was ist das? Also, es ist ja auch da, wo wir uns am sichersten waren, dass das nicht der echte Strange ist, tatsächlich. Aber irgendwas ist doch hier komisch. Ey, total. Mehr, also, ich weiß, weiss, weiß auch, ne, nicht, nicht, nicht was. Ich kann noch nicht, hat noch keine genaue Theorie dazu, außerdem, dass es auch ein Pocket-Universum ist. Aber ja, gegen irgendwas kämpfen die richtig fies. Und stimmt, er hat den alten Anzug, was auch ein sehr wichtiges Detail ist. Ja, und dann sind wir eben wieder, wieder bei der Öffnungsszene, mutmaßlich, also zumindest im ersten Kampf gegen Doc Ock. Wir haben die Krallen immer noch mit der alten Farbe und da sind nicht mehr, das, was du eben meintest, deswegen wollte ich dich bestellen. Ich glaube, du hast recht, da sind nicht mehr die Arme von Spidey dran an seinem Anzug. Oh, auf 1,57 siehst du sogar, wie die Farbe sich ändert. Ja, und dann ändert sich die Farbe von Dr. Octopus' Arm, während er ihn da hochhebt. Du hast wahrscheinlich recht, er reißt ihm die Arme raus und nimmt ihm die Nanobots da draus, um seine eigenen Arme damit zu verstärken. Und sag mal, entweder ist das Einbildung, aber direkt die nächste Szene, wenn ich jetzt richtig nochmal auf ganz langsam gucke, pausier mal bitte bei 1, ja doch, 1,59 direkt, wenn du es schaffst. Lustigerweise bin ich da gerade, ja. Welcher Spider-Man-Anzug ist das bitte? Okay, Moment, ich lasse nochmal ablaufen. Aber ich finde es schon geil, dass wir es vorher einfach nicht wahrgenommen haben, dass es wirklich die Szene drin war, wie die Nanobots da drüber gleiten über die Arme. Also das, so schnell ist die Scheiße geschnitten. Es ist ein bisschen zu schnell, um genau zu sagen, welcher Anzug das da ist. Also du meinst es, wo er da runterfällt, ne? Ich meine 1,59 genau. Ich mach dir mal einen Screenshot, schick dir den direkt mal und ihr da draußen könnt das gerne auch machen. Ich will ja nicht twittern oder so, weil ich will das nicht mehr kaputt machen am Ende des Tages. Das könnte der Amazing Spider-Man-Anzug sein, ne? Das ist doch der Amazing Spider-Man-Anzug, weil das Ding ist, in jeder anderen... Die Augen sind so groß, ne? Die Augen sind so groß, aber guck doch bitte den Anzug an, weil... Dominik, guck dir bitte den Anzug an. Denn in jeder anderen Szene, in der wir hier an den Dingens sehen, kämpfen, hat er doch das ganz neue Kostüm mit der goldenen Spinne drauf, nicht den schwarzen Anzug. Ja, nicht in jeder anderen Szene, sondern auf dem Zug hat er die ganz alten an. Entschuldigung, in jeder anderen Szene, die wir im Trailer sehen, die auf diesem Gerüst stattfindet, hat er doch den Anzug an, wo die Spinne ganz groß ist. Diese, diese... Siehst du, wirst du am Ende gleich sehen, was ich meine. Meinst du den mit dem, wo die Spinne golden ist? Genau, genau. Da ist doch keine goldene Spinne drauf. Beziehungsweise nicht... Ja, okay. Ich bin nur gerade ein bisschen hin und her, um zu bestätigen, was du gesagt hast, aber da hat er auch den... Da sind sie ja auch der Freiheitsstatue, auch bei den Gerüsten. Entweder ist es wirklich alles diese Freiheitsstatue, dieser Freiheitsstatue im Kampf, oder es gibt nochmal irgendwann einen anderen Gerüstbau. Aber du hast recht, in dem Ding sieht's... Also, wo er da runterfällt, bei 1,59 sieht es nicht so aus, als wäre die Spinne so groß. Es ist ja wirklich das normale Spinn-Logo quasi, und obendrein sind die Augen viel zu groß. Also, es tut mir leid. Es tut mir nicht leid, aber ich möchte... Also, ich wette hier gerade wirklich... Meine Ehre drauf, das ist nicht Tom Holland. Das ist nicht das, das ist nicht sein, das ist keines seiner Kostüme. Außer, der hat ein feiertes Kostüm in diesem Film. Ich finde allein schon geil, wenn du auf 2,5 pausierst. Und da haben wir gerade Spidey ohne die einen Spider-Arme, aber mit den goldenen Elementen im Anzug, hat den Kubus in der Hand, kämpft gegen Elektro, hat und fällt gerade irgendwo hin. Dann haben wir einen Umschnitt, nachdem man das Bild so halb verlässt. Und dann sehen wir Spidey in seinem alten Kostüm den Kubus in der Hand und im Hintergrund sieht man, dass er wohl gerade gegen Strange kämpft, weil wir die Inception-Effekte haben. Und ich bin so, Leute, wie oft wollt ihr mir noch verschiedene Kostüme umschneiden? Aber das ist trotzdem das, was ich meine. Aber an allen diesen Freiheitsstatuen kämpfen hat Spidey das Kostüm mit der goldenen Spinne an. Und das Bild, was ich dir geschickt habe, das ist keine goldene Spinne. Nee, nee, ich stimme dir zu. Aber ich meine, es bedeutet nichts bei diesem Film. Es muss gar nichts zu bedeuten haben. Ich finde es trotzdem sehr interessant. Ich bin bei 2,11 jetzt in meinem Trailer. Wo bist du? Naja, ich auch. Und ich möchte gerade, das ist die Stelle, wo alle sagen, da sind doch zwei Gleiter für den grünen Kobold. Und es gibt zwar definitiv mindestens zwei grüne Kobold Kostüme. Also einmal vorher das mit dem Helm, wie man es auch den alten Raimi-Sachen kennt. Und dann nochmal einen, wo es anscheinend gar keinen Helm gibt. Aber rechts nebendran haben viele gesagt, das ist doch noch ein Gleiter. Und nee, das ist nicht noch ein Gleiter. Das ist nochmal eine von diesen Drohnen, die da mitfliegt. Die ist nur ein bisschen größer, weil die näher dran ist. Das sieht einfach aus wie Robin. Das sieht nicht aus wie ein Goblin, das sieht einfach aus wie Robin aus Batman. Ja, ich bin beim Goblin aber auch am allerwensten geflasht. Da sind die Leute so, wer ist der andere Goblin? Ja, das wird schon irgendeiner sein. Ja, ja. Aber ey, wie Kevin, aber wie Kevin Smith so schön gesagt hat, wie hoch sind die Chancen, dass man James Franco aktuell in einen Familienfilm einbaut? Echt gering. Ey, hier übrigens wichtige Stelle, ich bin jetzt bei 2,22. Oh, das ging jetzt schnell. Ich habe ihn weiterlaufen lassen. Und zwar, der im brasilianischen Trailer, der mittlerweile runtergenommen wurde, relativ zügig. Oh. Ich glaube, das hatte ich ja auch geschickt, das Gift dazu oder so. Da sieht man einfach dieselbe, also es ist eigentlich komplett derselbe Trailer, nur dass sie hier einfach keine Einblendung haben wie bei uns. Weil hier kommt jetzt bei uns eben diese, 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 ähm, nee, nicht Einblendung, dieser Umschnitt, diesen Umschnitt haben sie nicht im brasilianischen Trailer, der fängt später an. Und man sieht einfach, wie die Echse, der Lizard, in der Luft geschlagen wird von irgendwas oder irgendwem. Und, ähm, ne? Aber das ist auch das Ding, ich finde, wenn du jetzt hier passiert, bei 2.22, es sieht eigentlich nicht aus, als würde der Lizard auf Tom Holland, also auf Spider-Man springen, den wir da sehen, oder? Ich bin mir sowieso nicht sicher, wer hier mit, gegen wen kämpft gerade. Das ist nicht so eindeutig. Nee, überhaupt nicht. Also der, der Lizard springt, also der müsste, aber als Zeitlupe ist es schwer zu sagen, aber er guckt zumindest nicht nach oben, weil Spidey, Spidey ist ja gerade über ihm. Ähm, Sandman, dem Trauer, der guckt noch am ehesten in Richtung Spidey. Elektro sieht auch so aus, als, also es könnte sein, dass Spidey hier vorhin mal flieht und die anderen dreien helfen ihm tatsächlich. Das wäre natürlich krass. Ich glaube es eher nicht. Ich glaube wirklich auch dadurch, dass wir jetzt sehen, dass der Lizard gepanscht wird in der Szene. Ähm, und daher halte ich, also ganz ehrlich, du kannst mir nicht erzählen, dass alle wiedergeholt werden. Nee, nee, aber Tom McGuire und Andrew Garfield, nee, die nicht. Das macht ja keinen Sinn. Wir holen alle Antagonisten und alle, die bei ihrem Film mitgespielt haben, die kommen wieder, aber die selbst nicht. Nee, nee, das ist, das ist Schwachsinn. Ähm, von daher, das ist, daran halte ich fest, das wird, das wird Andrew Garfield sein, den gepanscht hat. Jetzt die, ähm, jetzt schon tatsächlich die Szene, der MJ vom Gerüst runterfällt, ihr Peter hinterher springen und dir habe ich das, glaube ich, direkt gesagt, nur warst so, äh, aber, oder war das Ben? Aber du korrigier mich gern, wenn ich falsch liege, aber ich bin mir zu tausend Prozent sicher, es wird nicht Tom Holland sein, der sie fängt. Naja, fangen kann er sich schon nicht mehr, weil er über ihr runterfällt. Und auch den, deswegen kann er sich nicht fangen. Aber du meinst retten einfach. Entschuldigung, ich bin mir sehr sicher, Andrew Garfield ist derjenige, der ihn retten, der sie retten wird, um eben. Ich bin da einfach für Spider-Gwen aus Gründen, also erstens, weil ich es krass fände, wenn sie einfach aus dem Nichts Spider-Gwen auftauchen würden. Ich würde so sterben vor Freude, wenn das so wäre, Alter, ohne Scheiß. Und, weil Gwen Stacy ja nun mal die ist, die im Endeffekt bei der Nummer ursprünglich mal gestorben ist, wenn ich mich nicht irre. Genau, ist richtig. Ja, ja, ja. Fände ich das halt saucool, aber sie wird hier halt nicht sterben, bin ich mir relativ sicher. Und wer sie auffängt, ist am Ende des Tages egal, aber es muss irgendwann diesen Moment geben, von wegen, ja, okay, wir haben jetzt drei von den Bubble-Maschinen beim Kämpfen, die einfach Bock haben, die Gegner tot zu plaudern. Und dann haben wir noch diese Szene, in der, der Strange von dem, der hat ja auch das Amulett an, ich sehe es gerade nicht, aber der Strange von dem ich mir auch recht. Das sieht man nämlich hier nicht. Also der hat was um den Hals hängen, aber es ist das Amulett, weil das hängt unter dem Bildausschnitt. Man sieht es tatsächlich gar nicht. Man sieht auch, man sieht nicht, wie er von vorne aussieht. Tatsache. Naja, du siehst schon, wie er von vorne aussieht, aber du siehst es einfach nur. Moment, ich gehe mal eins zurück, wo er es definitiv trägt und gucke, ob das am Rand, also die Kette an sich, ob die auch so aussieht wie hier. Das ist ja dann der Vergleich, den wir machen können. Aber er sagt auf jeden Fall, während du guckst, er sagt ja, Ja, es ist die gleiche Kette, also er wird es tragen. Sie kommen durch, ich kann sie nicht aufhalten. Jetzt ist die Frage, passiert das am Anfang, passiert das am Ende? Meint er damit die Bösewichte, die wir schon gesehen haben im Trailer oder meint er nochmal jemand komplett anderen? Weißt du, was ich, also erstmal ist glaube ich relevant, die Farben, weil die Farben erinnern mich doch sehr, sehr stark an das Ende von Loki. Dieses Dunkelviolette und das Dunkelviolette haben wir aber auch schon im ersten Doctor Strange. Das steht immer im MCU für sehr, sehr hohe Macht quasi und vor allen Dingen für Universumsenergie, nenne ich es jetzt mal. Meine persönliche Meinung ist, das ist zumindest, das was wir hier sehen, ist ja der große Freiheitsstatum im Kampf. So oder so. Oder aus welchem Grund auch immer kehren die immer wieder dorthin zurück. Ich glaube es aber nicht. Und der Hauptgrund, warum das da stattfindet, ist wahrscheinlich, weil Doc Ocks Labor irgendwie da in der Nähe war oder sowas. Und ich glaube, dass das hier entweder der absolute Endkampf ist schon oder kurz davor oder es passiert so Anfang oder Ende des zweiten Aktes, aber es ist noch nicht Finale. Und ich kann mir vorstellen, dass die, die hier durchkommen, wenn das hier wirklich ein böser Doctor Strange in Anführungsstrichen ist, dass das die Spider-Men sind, die anderen. Das kann natürlich gut sein, dass er das natürlich nicht möchte. Ja, ihm ist egal, wer das ist. Ihm ist nur wichtig, dass niemand aus einer anderen Welt da reinkommt. Und ich könnte mir hier so ein Finale vorstellen, wie, und das mag ich ja am allerwenigsten, obwohl es mein liebster Iron Man ist, das Finale von Iron Man 3 mit den tausend Anzügen. Wir könnten hier tatsächlich utopisch viele Spider-Mans sein sehen. Ey, ich würde es sehr feiern. So mit ganz vielen Easter Eggs. Das wäre echt schön, ja. Einfach, es gibt auch eine, es gibt eine Folge Star Trek The Next Generation, die sowas hat, wo alle Universen auf einmal miteinander verschmelzen und einfach auf immer mehr Enterprise Days auftauchen. Und die einen sind halt wirklich so, die Borgs sind überall und ein Schuss reicht, dass das ganze Schiff in die Luft fliegt. Die anderen haben ihren Käpt'n verloren vor einigen Jahren und das Bild wird immer voller mit verschiedenen Raumschiffen. Und ja, also das könnte hier passieren und natürlich gäbe es dann mindestens zwei Spider-Man, die wirklich eine große Rolle spielen würden, die man auch demaskiert gerne sehen würde. Aber wie das aussieht hinterher am Ende des Tages, keine Ahnung. Ich auch noch nicht, aber ich bin sehr gespannt und ich freue mich sehr drauf. Ich bin sehr gehypt. Ich freue mich auch sehr drauf. Ich bin weniger gehypt, als bei mir ist es, ich weiß, dass ich sehr viel Spaß mit dem Film haben werde, egal was passiert. Und bei mir ist mehr so dieses intellektuelle, na, was habt ihr da jetzt wieder draus gemacht? Also ich bin da wirklich sehr analytisch dran. Wie baut ihr das jetzt zusammen, dass das unterhaltsam bleibt? Fanservice bietet, eine eigene Story hat und ihr alle Möglichkeiten nutzt, die ihr habt, weil es ist wirklich schwierig. Ich möchte doch zum Ende noch los reinwerfen. Ich denke, wir werden Venom sehen. Ich denke, wir werden Matt Murdock sehen. Ich weiß nicht, ob wir Daredevil sehen werden. Und nachdem ich heute das Gerücht gelesen habe, dass Vincent D'Onofrio in Hawkeye mitspielt, könnte ich mir sogar das vorstellen, dass wir auch D'Onofrio in No Way Home sehen werden, denn der Kingpin ist eigentlich ein klassischer Antagonist von Spidey. Ja, definitiv. Ey Dominik, es war mir eine ganz große Ehre. Es war wirklich, ich habe mir sehr viel Spaß gemacht. Ganz ehrlich, ich dachte, wir machen eine Viertelstunde. Jedes Mal verarsche ich mich damit selbst. Jedes Mal genau das. Und von daher, ich hoffe, ihr habt auch Spaß und ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt nicht irgendwie zu groß gespoilert. Aber das waren unsere Gedanken und Theorien zu Spider-Man No Way Home in drei Wochen ungefähr in seinem Kino. Ich kann es kaum noch abwarten. Ciao. Wenn ihr den Täter nicht gesehen habt, er geht drei Minuten und vier Sekunden. Ihr könnt ihn noch ein paar Mal gucken jetzt. Tschüss. 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 Tschüss.